Lass mich raten, du spielst schon lange mit dem Gedanken, dein eigenes Buch rauszubringen. Aber es gibt da noch drei wichtige Punkte, die dich noch immer davon zurückhalten, in die Umsetzung zu gelangen. Zum einen denkst du dir, dass du überhaupt nicht die Zeit und auch nicht das Wissen hast, dein eigenes Buch zu schreiben und rauszubringen. Alleine der Gedanke an ein eigenes Buch lässt dich schlaflose Nächte erleben, weil du dir denkst, du musst jetzt jeden Tag nach deiner Arbeit noch stundenlang dich hinsetzen und Seite für Seite niederschreiben. Ich möchte dir aber diese Ängste nehmen, weil im Endeffekt musst du nichts davon mitbringen. Du musst weder stundenlang am Tag dich hinsetzen und dein Buch schreiben, noch musst du irgendeine Erfahrung auf dem Thema Buchschreiben oder Buchmarketing mitbringen. Ich und mein Experten-Team, wir haben über zehn Jahre lange Erfahrung auf diesem Gebiet, und wir übernehmen für dich alle notwendigen Schritte in dem Prozess. Wir begleiten dich von der ersten Buchidee über die Erstellung des kompletten Texts bis hin zur Veröffentlichung und dem erfolgreichen Buchmarketing. Wir bereiten also im Hintergrund alles vor, das notwendig ist, damit dein Buch erfolgreich wird und du damit erfolgreich Neukunden gewinnst, während du dich hauptsächlich auf deine Kernaufgaben fokussieren kannst. Alles, was wir von dir benötigen, ist ein Zeitaufwand von insgesamt nicht mehr als sechs Stunden. Ein weiterer wichtiger Punkt, der dich davon zurückhält, dein eigenes Buch rauszubringen, ist es, dass du daran zweifelst, dass eine Buchagentur deine Expertise so punktgenau auf Papier bringen kann, wie du es selber könntest. Du denkst dir, du bist der Experte auf dem Gebiet und niemand ist so gut, um deine Fachkenntnisse genauso gut wie du selbst auf Papier zu bringen. In den letzten zehn Jahren haben wir über 1500 Bücher für unsere Kunden veröffentlicht und vermarktet. Wir haben in den Bereichen Gesundheit, Medizin, Finanzen, Investments, Beratung, Coaching, Mentoring und vielen weiteren Bereichen gearbeitet. Wir führen vor jeder Zusammenarbeit mit dir detaillierte Interviews durch, wo wir deine Expertise besprechen und eine Struktur für dein Buch aufstellen. Basierend auf diesen Interviews schreiben wir den gesamten Buchtext. Und wir schreiben den Buchtext genau auf eine Art und Weise, sodass deine Zielgruppe punktgenau angesprochen wird. Und wir machen das am Ende des Tages noch besser als jeder einzelne Experte da draußen. Warum? Weil die meisten Experten zu sehr in ihrer Fachmaterie stecken, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können. Und genau dabei unterstützen wir sie. Wir bringen in das Ganze einen roten Faden ein und bringen die Expertise unserer Kunden so auf Papier, als hätten sie es besser gar nicht selber machen können. Und das zeigt eindeutig der Erfolg mit unseren Büchern von unseren Kunden, mit denen wir seit über zehn Jahren gemeinsam arbeiten. Der letzte Punkt, der dich noch immer davon zurückhält, dein eigenes Buch rauszubringen, ist, dass du daran zweifelst, ob ein Buch als effektives Marketinginstrument eingesetzt werden kann. Du bist dir also nicht sicher, ob ein eigenes Buch dir neue Kunden beschert und ob es langfristig deinen Umsatz steigert. Und da kommt jetzt das Thema Expertenstatus mit ins Spiel. Weil deine Kunden wollen mit einem absoluten Experten zusammenarbeiten. Sie wollen mit keinem Halbexperten oder mit einem Anfänger zusammenarbeiten und auch wollen sie keine durchschnittlichen Lösungen. Sie wollen die bestmögliche Lösung, die es gibt auf dem Markt. Das gleiche ist, wenn du jetzt beispielsweise kurz vor einer Operation stehst. Du möchtest logischerweise von keinem Arzt operiert werden, der jetzt beispielsweise frisch aus der Uni kommt, der noch nie in seinem Leben operiert hat. Du bist also quasi der erste Patient, den er operieren darf. Von so einem Arzt möchtest du höchstwahrscheinlich nicht operiert werden, sondern du möchtest von einem Arzt operiert werden, der schon tausende an gleichen Operationen vor dir durchgeführt hat und der jahrelange Erfahrung hat auf seinem Gebiet und ein echter Experte ist. Genau von so einem Arzt möchtest du operiert werden. Und genau so geht es auch deinen Kunden. Die wollen einen echten Experten an ihrer Seite haben. Und genau das schaffst du mit deinem eigenen Buch, weil du dich mit deinem eigenen Buch sofort als Experte in deiner Nische positionierst und auch als Experte wahrgenommen wirst von deiner Zielgruppe. Weil ein Nicht-Experte kann ja logischerweise auch gar kein eigenes Buch rausbringen. Wie soll er ein Buch von zum Beispiel über 200 Seiten mit Wissen füllen, über das er überhaupt nicht verfügt? Und daher ist ein Buch ein effektives Marketing-Instrument, dass du dich als Premium-Anbieter am Markt positionierst und damit neue und auch bessere zahlungskräftige Kunden anziehst. Wenn auch du dir jetzt Gedanken machst, ob ein Buch das Richtige für dich ist oder nicht, dann buche dir gern einen kostenlosen Termin für ein Erstgespräch mit mir und mit meinem Experten-Team, wo wir gemeinsam im ersten Schritt zuerst einmal herausfinden, welche Buchidee du hast, diese gemeinsam analysieren und sehen, ob wir dich bei deinem Projekt unterstützen können.